Offene Chipstüten. Man muss tief reingreifen, baut sich die Hand voll. Besonders leise sind sie beim Filmabend auch nicht. Aber gegen all das gibt es einen Trick. Einfach oben aufreißen und den oberen Rand nach innen falten. Ungefähr so. Und dann den Boden, wie ich es jetzt mache, nach innen rollen. Und auf diese Weise erhält man eine wunderbare Snackschale und die Hände bleiben sauber. Zumindest fach.